Der Meisterkurs der Maßschneider. Wir unterrichten nach den neuesten Trends. In unserem Meisterkurs lernen sie alles, um als Führungskraft erfolgreich in ihrem Beruf durchzustarten. Die Schüler kommen zu uns in den Meisterkurs, um sich fortzubilden, um weiterzukommen in ihrem Beruf, um Aufstiegsmöglichkeiten wahrzunehmen. Wir unterrichten circa zehn Fächer über Modezeichen, Kostümkunde, Betriebswirtschaft, über Fachpraxis, Schnittkonstruktion, Anproben, Zuschnitt. Also hier bekommen die Schüler wirklich alles mit, was sie für ihren Werdegang als Meister und auch als Betriebsinhaber brauchen. Auch Aspekte wie Kundenbetreuung, Gestaltungslehre, Betriebs- und Ablauforganisation sowie Textiltechnologie kommen nicht zu kurz. Ich mache den Meister, weil ich mich gerne selbstständig machen möchte. Und obwohl es in unserem Handwerk nicht mehr notwendig ist, möchte ich mich trotzdem gerne weiterbilden und so viel wie möglich dazu lernen. Ich mache den Meister, weil ich das Schneiderhandwerk gerne meisterhaft ausführen möchte. Ich mache den Meisterkurs, um eine bessere Qualifikation zu erreichen. Den Meisterkurs mache ich, weil an der Titel schon nice ist. Unser Lehrplan hat es in sich. Praxisnahe Theorieunterricht und das Arbeiten in einer modernen, top ausgestatteten Werkstatt gehen Hand in Hand. Sie lernen Lieferanten kennen und besuchen sogar eine internationale Messe in der Modemetropole Paris. Mehr Infos unter www.hwk-duesseldorf.de slash maßschneider